Hallo zusammen, es war euer Akne97! Ah! Mit NoMoyos, das wird zwar... NoMoyos 2, das wird zwar irgendwie so, ja. Gut, wir waren bei Cammy Hobel... ...weiter angeblieben. We're fighting a ganze... Ich glaube, auf dem Baum hockt noch jemand. Täuschig mich da, oder? Och! Verpiss dich! Ok. SHOW ME WHAT YOU MADE BY. ok ESET SHOW ME WHAT YOU MADE BY apologia! komm SHOW ME WHAT YOU MADEIDE BY ich habe nicht reagiert okay wir haben es zur hälfte dauern sie uns auf ja es ist ein hamster hat sich voll in die attacke reingerutscht ein travel sie so nur nachwuchs gelegen komm ja was du uns laufst wissen wir ok also entschuldigt wenn ich hier ein bisschen vorsichtig kämpfe aber ich will den kampf nicht unbedingt verlieren ich will den einfach hinter mich bringen dass du vielleicht erzähl nicht mehr und ich finde es sehr schade dass man auch ok sie ist ein bisschen zurückgegangen ok und oh travis ich gehe mit ihren schulen zeichen blauen hier kommt ich gehe mit ihm zu tun ich gehe mit ihm zu tun ich gehe mit ihm zu tun ja sagen wir haben wir ja jetzt was ist das Nein, sie kickt uns wieder in die Eier. Scheiße. Wow, wir haben verloren. Durch einen Kick in die Eier. Nochmal versuchen. Scheiße, irgendwie kann man dieses Drehbattle gegen ihr nicht so gewinnen. Nicht so wirklich. Ja, entschuldigt, dass ich hier kurz drücken muss. Ich muss mal mein Bändelchen näher machen. Gut, dann haben wir zwar gefällt, dann halt nochmal. Okay, Mädel. Okay. Diesmal machen wir ein bisschen im Schnellverfahren. Okay. Oh! 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 Melle. What the fuck? Komm her. Dies macht nicht. Oh. Woo. die haben wir jetzt gut erwischt kann du bist schon halt tot Ja Komm her Das war ein Fehler von mir okay Fick dich Komm Nein Knapp Na shit Ich sollte nicht zu offensiv kämpfen Ah Shadow Dodging Boah Hilfe Das Shadow Dodging war genau das was ich gerade gemacht habe Man weicht grad zu im letzten Moment aus Und bekommen dadurch diesen übergeilen Attack Speed Tube Komm Komm Ah Shadow Dodging kann ich auch nicht so wirklich Ich Jetzt haben wir verpissen uns von dieser Stelle erstmal Ich brauche etwas Und das ist Batterie Und Energie Hey Heiger So nen Scheiß Kein Mädel Nein Ich verliere gar die Konzentration wie es aussieht Nicht so gut Komm Ja 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 Wichtig Dieses mal will ich dich nicht gewinnen lassen werde Ja 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 Shit Ja Ja Ich kann doch leider nicht mehr ganz in dem part packen So, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal nochmal mit Kimi Oro. Ich hoffe, dass das dann diesmal klappt. Ich bin Agnone 7. Das ist das bei Nomi Oro 2. Das wird Struggle. Bis dahin. Ciao.